Ich will kein Zimmer Ähm Verarschen Ich synchronisiere die gerade nicht, guck nur noch Nein Oh mein Gott Okay Das Game zeigt mir gerade mit lachenden Gesichtern Den Mittelfinger Speisern Oh Gott es gibt hier keine Möglichkeit meine Kerke wieder zu beleben Was ist hier nur los ey Ja komm ey Nehmt mich, vergiftet mich Nehmt mir mein ganzes Zeug weg Das ist, ich bin gerade schockiert Inneres Entschuldigung ey ey Ist Ist das etwa ein Sternrubin Hm Wollt ihr mir den geben Dann mache ich euch den Weg frei Bitteschön Bitteschön Mampf 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 Lecker Ja Ein sehr guter Jahres Jahrgang Es geht nichts über Einen ersten Sternrubin Dankeschön Wollt Ich bin es Nein Sagt mir das hier keine Gegner sind Ich bin es Ich bin es Sagt mir das hier irgendwas anderes ist Hülle der Waisen Ist hier was? Nein Ist hier was? Nein Würde es Hülle des Waisen dann heißen? Es ist also euch Es ist also euch zu verdanken Dass der Vampir nicht mehr ist Doch offenbar war auch nur das Faktotum Einer noch viel böseren Existenz Tief unten Existenz Ich weiß nicht mehr ey Auf wem hat das Chaos der Erde Der segnenden Schein des Kristalls Der Raum des Vampirs geht es noch tiefer hinunter Benutzt dort diesen Stab Das heißt Ha 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 Wir haben den Terrastab gefunden Und Ha 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 Wir dürfen nochmal dahin rennen Und Ha 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 Wie soll es mir Ey Game Das will mir so verarschen Das heißt Ihr segeln nun gleich über die World Map Mit einem Schiff Ein Charakter Hyäner Wow 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 Das Game wirklich ist brutal Und wir werden leider kein Geld für eine Rüstung oder so geben Also keine neue Rüstung Weil er hält eh viel aus Komm guck das an Einen Schaden Ich will mich hier verarschen Da braucht er keine Ritterrüstung noch ey Wo er dann irgendwie null Schaden nimmt Das geht nicht mal Er muss einen Schaden nehmen Erstmal hier Erstmal hier Ha Bist voll Koralle Mit einem Korallenschwert Gott, dass ich einen Witz gebracht habe Aber jetzt kämen wir nur gegen diesen schönen Gegner im Meer Der Wir machen das Der 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 Bitte, keine Lähmung. Böser Blick, nein! Ähm, es kippt das mal kurz. Kann es kippen? Äh... Ah, er kann wieder kämpfen. Jetzt soll ich immer skippen. Es tut mir leid, wie es ist, aber... Guckt euch das an, ey. Das Game-Träumel ist so derbe. Mein Gott! Bitte! Ein Gegner down, danke. Danke! Sorry für den Skip, aber... Bitte! Also, so eine Koralle? Ich muss noch kurz jetzt speisen, ey. Ich habe keinen Bock, an sowas zu sterben. Jakobieter zum Gott, ey. Oh Gott, ey, Mann. Danke. Danke. Auf jeden Fall, das Game-Up ist sehr hart getrollt. Wie lange nehme ich es auf? So, das ist kurz das Unterbresse hier. Ja, bam. Ja, das belebt mir nur kurz wieder, ey. Dann hört es erst mal auf. Ich bin gerade sehr am Arsch. Sehr am Arsch. Das war gerade nicht nett vom Game. So, ähm. Da ist ein... Nö, äh. Wo sind die Items? Ich bin gerade voller Maß. Da hat mein Kopf. Da sind die Items. So, okay. Äh, Items. So. Potion. Äh. Max. Kipp mir alle Potion, die ihr habt, ey. Phoenix, Federn, Max ist auch mal für mich, so. Wie weit wie es geht. Alle Phoenix, Federn, die ich habe. Ich hatte sogar eine. Na, ich habe es. 99 und 99. Und ich sage da mal, ähm, gehen noch pennen. Und damit verabschieden ich es auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Nao Amagi. Tschüss. Bauen wir mal a cappella hier. Yeah. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......